So, herzlich willkommen zu einem erneuten Video von uns. Wir machen heute wieder ein kleines Off-Tour-Dingens. Das Auto steht schon links neben mir. Es ist definitiv was anderes. Kann ich vorwegnehmen, das Ding scheppert. Das sieht er genau jetzt. Das ist ein kleines Off-Tour-Dingens. Das ist ein kleines Off-Tour. Okay, so I have the car since 2015. So I've had it for 6 years now. I am the first owner of the car. I used to like Subarus. And then one of my buddies had an Evo. He had an Evo 8. And I fell in love with the car. And next day I wanted to buy this car. Bye-bye. Bye-bye. So on the outside I pretty much have a various bumper, I also have various fenders, I have an arrow wing, it's a high wing, as well I have the front lights are also modified and the tail lights. The engine is built from the ground up, everything is forged pistons, forged cams. My turbo that I'm running right now is a TGPC and it's pretty much is a stock turbo but it's rated for 800 horsepower. I have a four and a half inch intercooler, it's all ETS. My exhaust is also an ETS exhaust as well. On the inside I just pretty much have the basic Recaro seats, I have detachable steering wheel and the Takata seat belts. Mama! Digger, I have to lose. I have to lose. Ach du scheiße. Schau, Alter. Digga, was geht hier ab? 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 Digga, was geht ab? Digga, was geht hier ab? Hachos, oh shit! What?! Das ist Serie! Das ist so cool. Ich habe einen Bauen, dass ich ein 1.000 Hohespaarer habe. Das wird in den USA gebaut. Es wird in den USA Es wird 2.4 L. Bauen, 2.2 L. Ich werde 2.2 L. Ich werde das 1.5 L. Ich habe eine Greddy 64-64 Turbo, als ich werde ein Bottle von Nas als auch, für ein bisschen Perch-Kit-Aktion. Fuck! Shit! Die Engine, wie ich gesagt habe, wurde von der Grunde genommen. Es hat Forged Pistons. Es hat Skunk 2 Kams. Ich habe ein Carbon Fiber Catch-Can. Ich habe die ETS Intercooler. Ich habe die TL Blow-Off-Valve. Und die Turbo, natürlich. Ich habe die Turbo in die Stock-Frame, wo es ist. Aber mit der neuen Turbo und mit der neuen Engine, ich werde es ein Front-Facing-Turbo machen. Und das ist was ich zu fragen, ich habe zu machen. Ich werde es ein Hood-Exhaust, als auch. So, ich werde es sehen, wie weit ich kann, die Limiten hier in Deutschland mit dem Stoffen gehen. Mit der Bumper. So, die Bumper und die Fender sind. Es ist, um, Various. So, wir haben die Various Front Bumper, mit den Various Fenders, und ich habe eine Carbon Fiber Front Lipp, als auch. Ich habe, um, die Audi-Style Headlights. Und also, in der Night-Time wird es besser, denn in der Night-Time wird es besser, denn in der Night-Time kann man eigentlich sehen es. Aber ich kann es mit meinem Telefon, ich kann es die Lichter, ich kann es die Lichter, ich kann es die Lichter, und alles. So, wir gehen in die Inside. So, in der Inside, ich habe das Detachable Steering Wheel. Ich habe eine Custom Gauge Pod, wie Sie sehen, ich habe die drei Pillen. Und, als auch, ich habe die AXIS, die AXIS Port. Die AXIS Port ist, das ist wie ich die ganze Fahrt, das ist wie ich die ganze Fahrt. und, wie ich fühle, wie ich mich fühle, ich kann es immer verändern. So, ich kann es jetzt einfach verändern. ich kann es nur auf eine Stock-Tune, ich kann es, wie ich kann, weil, bis der andere Fahrt ist, ich will nicht, wenn ich es nicht mehr verletzt, wenn ich es nicht verletze, so ich habe die TAKADA Rästung. So, mit diesem Auto, mit dem 2015, die Recaro-Style nicht mit mir kommen. So, was ich gemacht habe, was, jemand, der Evo, und sie hat mir ihre Seeds. So, ich habe die alten Seeds aus, und ich pute diese Seeds in, weil es eine Sicherheit violation ist, mit der Airbag. So, das ist, weil sie es auszuladen. In der Backen, ich habe die Seabelt Harness, mit ein paar Sticker in, in der, zu machen es, und, in der Backen, ich habe eine Carbon Fiber, die APR High Wing. Das ist in der Backen, Carbon Fiber. Weil der Sonn ist, es ist, aber, ich werde auch, das, ich werde, ich habe eine Duckbill, ich habe eine Carbon Fiber Duckbill, so ich werde, ich werde, ich werde, das und ich werde, die Duckbill auf. Und, ich habe die Varys Taillights, auch. Und, mit dem Exhaust, wie ich gesagt, ist das ETS Exhaust, das ich habe. Ich habe Dual Pipes, als ich jetzt habe, und das ist, das ist, was ich habe. Bis zum nächsten Mal.